werden beobachtet aber das soll uns nicht aufhalten los geht's ich habe wieder ein paar feine sachen in der fanpost bekommen also ich weiß nicht ob es feine sachen sind das wird sich jetzt zeigen moment moment das ist wieder so unprofessionell aber licht ist auch da geil so dann geht es los sei gegrüßt und willkommen zu meinem neuen video ich packe fanpost aus nach meinem home trainer weil hier so ein tisch dran ist eigentlich echt praktisch also dass ich da nie eher drauf gekommen bin ich hatte halt auch nie eher das ding zum beginn sage ich schon mal schickt mir bitte mehr fanpost mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen außer kauft mehr merch das ist einfach ganz wichtig das gute alte tablett ich hasse diese maxi briefe hat immer noch miss drin wirklich ich hab noch nie im maxi brief wo ich danach gesagt habe ja mal schauen ein sägeblatt geht ja gut los dosen klemmen verbindungs dosen klemmen die hebe ich mal auf das kann ja nicht schaden aber alter es ist ok die sind auch ganz praktisch leuchten klemmen kann man mal brauchen ein s z zaubertuch das mikrofasertuch ja sticker von schreck junge ich würde wirklich gerne mal wissen was die leute denken wenn die mir das schicken ist es nicht traurig aber auch irgendwie geil so dann haben wir hier kabelbrücken noch mehr verbindungslosen klemmen noch mehr und hier ist ein getanter umschlag da könnt ihr mal was interessantes drin sein noch ein s z mikrofasert zaubertuch bierdecke gewinne fifa wm final tickets ich weiß dass die alle schon eingelöst sind und noch ein brief basierkling da habe ich noch 100.000 ich kann nicht mehr ich gehe in der lage druckstellenschutz das kann man immer mal gebrauchen zwei umschläge bin ja gespannt was jetzt hier drin ist es scheint mir irgendwas gutes schönes interessantes zu sein also das sind doch solche dinge die man äh ihr könnt diese tische wo man so klack klack so die scheiben hin und her schießt geil hab ich mir immer gewünscht interessant auf jeden fall alter was ist denn das für ein krankes ein sinnloser brief Vier Minuten habe ich eurer und meiner Zeit vergeudelt, das ist einfach nur schön, nun denn, es geht weiter, da war kein Zettel drin, nichts, ich weiß es nicht, vielleicht hat der Angelo ein bisschen mehr Mitleid mit meinen Zuschauern und mir und hat hier etwas Unterhaltsameres reingetan, okay. Nun denn, Streichhölzer, lange nie geschehen hier, na komm, oi, krank, aber da kann ich euch gleich mal was zeigen, Moment, wo habe ich denn das Ding, hier, haben wir jetzt einen Laser gekauft, das ist ein Laserpointer, mit dem kann man aber auch kranke Scheiße machen, Gucken, ob es jetzt direkt funktioniert, hey, das war doch, so, ja, dann hier das Streichhölzer, aber es funktioniert jetzt auch, es funktioniert bestimmt nicht, aber mal gucken, hält man es hier dran, Ich wusste es, es war klar, dass es nicht funktioniert, ach hier, ne, dann muss ich das auch abschrauben, Moment. Ich bin gerade so hasserfüllt, so unglaublich hasserfüllt. Du machst doch mit deiner Kamera kaputt. Ich würde gerade gerne irgendwas Großes zerklappen. Könnt ihr das nachvollziehen, wenn ihr irgendwie so böse seid oder was, und dann einfach irgendwo reinschlagen wollt, irgendwas kaputthauen? So fühle ich mich gerade. Okay, so, 6 Minuten und 44 Sekunden purer Autismus, weiter geht's. Ein Schlüsselband, ein Poster von Fart, die Instrumentals des letzten Farts Album, eine 8i Souvenir für Max Album, das muss ich direkt mal zeigen. Okay, lest euch das mal selber durch, davon bekommt man jetzt. Okay, das ist ein Schneidbrettchen. Das ist sehr stark gebogen, das war wahrscheinlich starker Hitze ausgesetzt, das freut mich. Das macht mich, das ist schön. Dankeschön. Das macht mir jetzt Spaß, das auszupacken. Und dann noch ein Sportbeutel. Fit in. We love to fit you. We love to fick you. Hallo Herr Herzberg, ich finde deinen Lifestyle, den du lebst, einfach nur geil. Ich kann mir auch den Lifestyle gönnen. Einfach nur geil. Beste Leben. Ab und zu ins Casino, um sein Glück zu versuchen. Im August fliege ich mit meiner Freundin für 14 Tage nach Ägypten ins Hotel Sunrise Mamluk Palace Resort. Bin echt mal gespannt, wie es da so ist und was man da so unternehmen kann. Kannst du da was empfehlen, was man da so machen kann? Vielleicht sieht man sich ja mal, um was zu ächsen für die Instagram Story. Wäre echt cool. Wenn du Empfehlungen für diesen Aufenthalt haben möchtest, schau dir einfach meine Videoserie. über Ägypten an. Ich war da nämlich auch im Urlaub 17 Nächte. Frage. Wie weit bist du mit deinem Führerschein? Wenden Sie sich bitte an Fredinger Vlog. Hast du die Theorieprüfung schon? Nee. Machst du den Führerschein auf Automatik oder Schaltgetriebe? Auf Schaltgetriebe. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin gerade nicht den Tränen nah. Ich bin, ich weiß es nicht. Ich könnte echt heulen. Ich weiß, ich weiß nicht, was wirklich mehr los ist. Guck mal, ich glaube es ist schon eine Träne. Seht ihr das? Ja, dann mach ich mal das Licht ein bisschen wärmer. So, dann geht es mir bestimmt auch besser. So, ich bin jetzt wieder hier und es geht weiter. Dieses Paket hier ist von Jennifer. Sie trägt den Nachnamen des Drachenwurts. Das macht mich wirklich geil. Ich hoffe, das bringt mich jetzt auf andere Gedanken. FC Erfurt. Okay, süß. Guck mal, das wurde sogar mit einem Herz zensiert hier, die Adresse. Ja, ich werde dich trotzdem besuchen können. So. Okay. Ein Grablicht. Was zum Teufel. Ja, oder ein Nokia Dummy. Von dem Windows Phone. Ja, sowas ist schön. Das kann man immer gebrauchen. Glaubt mir, ich kann das wirklich gebrauchen. Danke. Äh, Brief kommt zum Schluss. Ein Poster von Wrestling. Das ist auf jeden Fall sehr gut aufgehoben in meinem Zimmer. Die wirken leider ungetragen, ja, doch nicht. Ein paar Reste sind vorhanden. Wie ist es frisch gewaschen? Langweilig. Also wenn ihr mir Unterwäsche oder Ähnliches schickt, dann bitte nur getragen. Ich hoffe, das ist ein Paket, was eigentlich von Algier kommt und ich werde demnächst ein DaVinci-Code erscheinen. So. Ein Kaugummi-Automaten gefüllt mit Kleingeld. Das ist wirklich wunderschön. Vielen after. Ein Bratschlauch. Geil. 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 Du wieder mal nach Darm riechst. Wie kann man so kaputt im Kopf sein als Frau? Ich weiß nicht. Etwas Parfum von Joke und Jill Sender. Feinste Proben. Vielen after. Backpulver. Sticker. Sticker sind immer schön. Noch mehr von Tabak. Was ist das? Ein Regen-Poncho. Das ist natürlich sehr fein. Sowas habe ich mir wirklich mal gewünscht. Piezo Super-Twitter. Warum mal dann? Ein Lautsprecher. Kann vielleicht mal nie schaden. Backen und vernaschen. Also. Falls du mal backen solltest. Ja, das ist auf jeden Fall angenehm. Ich werde das aber nicht fürs Backen verwenden, sondern für Eiswürfel. Das sind sozusagen solche Förmchen in Form eines Phalluses. Ja, da kann man auf jeden Fall Eiswürfel drin machen. Das gefällt mir. Viel im Daumen. No-Homo. So. Drei Kippen für deine Mindest-Lunge. Alter, Benson & Hatches. Ich hoffe, das sind die Joints. Ne. Ja gut, das ist auf jeden Fall nett. Da habe ich nämlich immer mal ein bisschen Tabak da zum Bauen. Das ist sehr freundlich. sauerer Abel-Likör, ein Tampon, noch einen, ein Speed-Shit-Finner, der aber hier mit 5 Cent beklebt wurde und deswegen sich nicht dreht. Und das ist auch ein kleiner Kobold. Der Kopp. 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 Hab dich lieb, Adlerson. Ein Nutella-Sticker. Das ist wirklich sehr süß. Das ist das windigste Cremendöschen, das ich je gesehen habe. Falls inkognito mal wieder ein Tier quält. Oh Alter. Mundschutz. Was zum Teufel? Ist das krank? Aquacolonia. Ein riesengroßes Kondom. Ich ficke grundsätzlich ungeschützt. Wie oft denn noch? Die roten Köpfe sind entscheidend. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Kleiner Tiersticker. Hier steht auf der Rückseite für inkognito. Dieser Aufkleber wird ihn nie erreichen. Hier noch ein Kondom. Für die weiße Fresse. Das sind Zahnreinigungsgeräte, die hier los in dieser Kiste liegen. Das ist wirklich alles andere als angenehm. Hier sieht es schon wieder aus wie Sau. Und noch ein Kugelschreiber. das ist wirklich sehr nett. Das sind komische Geräusche. Alter. Für den Nuttenwürger Hector Panzer. Also ja, wenn ihr hier das Video seht, angesprochene Personen, dann holt euch das Zeug ab. Ich werde es euch nicht vorbeibringen. Das ist jedenfalls ein Kalender mit nackten Frauen. Das ist sehr ansehnlich auf jeden Fall. Nun denn, ähm... So... Eie, meine Fresse. Ist alles hier zur Seite? Jetzt kommt erstmal der Brief. Irgendwie viel. Alter, erstmal die Zeichnung. Es ist eine Zeichnung. Da ist jemand abgebildet und er steht überall da ran. Geliebter Ehrenbruder, hiermit wollen wir dir eine magere Mindest-Fanpost zukommen lassen. Wir hoffen, dass du durch unsere magere Fanpost die Erektionen deines Lebens bekommst. Mullen. Wir würden uns über zwei feinste ostdeutsche Autogramme vom Ehrenbruder Pervers freuen. Umschlag plus Briefmarke sind dabei. Feinste Grüße aus dem ostdeutschen Cafke Erfurt. Wir grüßen Tom W. und Benjamin D., Lukas und Jenny. Darm. Ja, da weiß ich mal von wem der Wahnsinn kommt. Und ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Ja, das ist ja alles krank, aber... Aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Vielen... Boah, Danaldolf. Ich mach jetzt erstmal kurz Pause, wenn ich muss... ...puhren. Danach geht's weiter. Ich bin sowas von Beck, Alter. Wie sieht's aus? Weiter geht's. Das ist übrigens kein Product Placement. Absender Unbekannt. Uh. Nachbar erbildet von Deutsche Post AG. Okay. Was sind so für gruselige Geräusche, Alter? Hier sind übelst gruselige Geräusche. So ein Hunde in der Bude hier. Das macht mich wahnsinnig. Na, Merlin? Guckt ganz interessant hier, ja. Ganz interessiert, mein ich. So, 8i. I love 8i. Lieber Max, ich bin kein Mann der großen Wurter. Ich drücke dir mit diesem Marker- und Mindestpaket meine Dankbarkeit über deine Bewegtbildproduktion aus. Bleib wie du bist und grüß die Gang aus ehrenvollen Uhrensöhnen nach dir. Mein Gruß, Oliver. Oliver, schreib mal deine Adresse drauf. Es ist echt schade um die Pakete, wenn da irgendwas schief geht und die werden dann niemals zurückgeschickt an den Absender. Wirklich, das ist Kacke. So, danke erstmal für dein Paket im Allgemeinen. Ich wollte es nur nochmal dazu sagen, schreibt eure Absender drauf. Echt, es ist wirklich schade um die Dinger, weil ich höre das oftmal, dass was mir ankommt, und das dann zurückgeschickt wird durch irgendeinen Scheiß und dann... Alter, krank. Fettes Paket, auf jeden Fall sehe ich schon. Sticker hier, I love, kann man halt da was hinschreiben, das gefällt mir auch. So. Ui. Feinstes Bares. Und zwar nicht nur der goldenen Natur. Das ist sehr spendabel. Geliebter Onkel, vielen Damen. Drei Molotov-Stifte. Darüber hätte sich der Hausherr gefreut, weil der ist ja leider abgetaucht. Möge er in Frieden einsitzen. Und ja, das sind alles DVDs, Spiele und CDs. Ich zeig's einfach mal kurz rein, PS3. Boah, Alter. Wie viel vor allem geil. Lead for Speed, Overkill, Ghost Recon, Dangerous Hunts, Dynasty Warriors, Rio, Rage, Borderlands 2, Borderlands, Far Cry, The Wild Expedition, Walking Dead. Aber Junge, ich muss mal wieder mehr zocken. Stranglehold, Ninja, Gaten Sigma, Resident Evil, Duke Nukem, Forever Alt, was für eine krasse Sammlung. Delixium Uncut, Cool Savage, tot oder lebendig, Beginner, die derbste Band der Welt. Schöne alte Sachen, geil. Danny Fresh, Net57, Auf der Jagd, Mixtape, auch geil. Stress auf dem Kiez, Net57, Flash, Kult, Ritus, mystisch. Cool Savage, John Bello, Story 2. Hey Güte, du gibst aber hier echt geile Dinger weg. Ich kann's das doch nicht machen. Mann, 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 Mann. Simpsons Classics, Sex Lügen und die Simpsons, was zum Teufel? Okay. Das war's schon, das ist ne Alter. Die Simpsons, die exklusive Story, wie alles begann. What the fuck? Also, dieses Paket besteht ja im Prinzip nur aus Bargeld und solchen CDs und Spielen. Das ist echt geil. Also, auf jeden Fall vielen Dank. Mal was ganz anderes. Diese Fanpost ist total clean und so normal, aber halt geil. Ich hoffe, ich wär mal richtig fett. Aber dann kann ich wirklich den ganzen Tag zocken. Ich hab so viele Spiele mittlerweile. Aber ich finde mich irgendwie... Ich komm nie so zur Ruhe innerlich, dass ich mich vor die Konsole setze. Ich weiß nicht warum. Ich muss echt mal anfangen, mal hier zu zacken. So, dankeschön für das Paket. Das ist wirklich sehr ehrenwert. So, das nächste ist von Luca. So. So, naja. Wo nehme ich eigentlich dieses Messer? Das ist eben so schlimm. So. No Nazis. Legalized Cannabis. Was? Okay. So. Nun denn. Pfand. Leergut. Das ist sehr edelmütig. Vielen Daumen. Einfach Deutsch. Ein Brief auf der Innenseite. Ah, hier. Geliebter Bruder. Anbei senden wir dir ein wahres Ehrenmulmpaket. Enthalten Sie das richtige Gedankengut. Stabile Musik. Feinstes Leergut. Baba Crystal. Aber siehe selbst. Sollte etwas zu Bruch gegangen sein. So fiste den mageren Postboten. Ich habe Tourette. Die Nudeln sind fertig. Feinster Autismus. Uh. Schändung des Käsehunds. Ähm. Gewisse Kreuze. Folgt uns auf Insta. Insta Luki. Und fick diese Liebe. Komm in den wohlhabenden Westen. Und grüße Luca und Johnny. Nein. Fick dieselbe Liebe. .de. Sticker. Gegen Nazis. Junge. Feinstes Gedankengut. Karl Marx. Das Reich der Freiheit beginnt da, wo das Arbeiten aufhört. Ei. Das sehe ich nicht anders. So. Noch mehr Aufkleber. Junge Junge Junge. Cannabis Tee. Bravo. Hits 71. Na ja. Danke. Ne. Geil. Das ist Dexter Energy. Eine Güte. Geil. Und dann eine Crack Pfeife hier. Geil. Ehm. Ha. Hm. Ein paar Bonfilter. Bzw. Hilfe für Pfeife. Auch geil. Danke. Ein Black Leaf. Aber ich rauche eigentlich gar nicht durch die Bon oder die Pfeife. Soll ich vielleicht mal probieren. St Freddie. Es распред kal sink. Lasst uns aus. Bob. Bzw音. Dann nur... Das sollte original verpackt sein. Das ist Haselnussgeist mit 38% Main-Tirol. Sieht eigentlich ganz fein aus. Ja gut, das wird sich irgendwann mal hinter die Binde gekippt. Ja, aber Pfandgesellschaft. Schutzbrille. Nice. Cannabis-Loli. Kleingeld. Pfand. Junge ist das kranken Hund, der mit Kleingeld gefüllt wurde. Das ist ein Löwe, oder? Es scheint doch ein Hund zu sein. Sehr verstörend, das Ganze. Die Junge haben den Bauch abgeschnitten, das ist krank. Hier ist noch irgendwas drin. Sticker. Refugees welcome. Legal-Ace-Cannabis. Junge. Das ist nur noch Kleingeld jetzt hier. Das heißt nur noch, das ist ziemlich viel Kleingeld, vielen Daumen auf jeden Fall. Und hier ein Pullover von Ralf Ralf Rhein in Größe M. Ich habe zwar eine L, aber der wird mir vielleicht trotzdem passen. Wenn nicht, dann weiß ich, wem ich den schränke. Das sieht aber noch gut aus. Das sieht doch echt aus. Warum schenkt man mir sowas? Meine Güte. Schön. Ich habe zwar eine L, aber das ist nett. So, dann haben wir hier noch was. Eine kleine Shisha. Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ihh, das ist ranzig. Naja, ähm. Naja. Ähh. Loll. Das ist wirklich sehr grotesk. Ähm. Es war mal wieder etwas sehr mystisch heute hier. Es waren einige schöne Dinge dabei. Ich bedanke mich für jedes einzelne Paket. Möge es noch so sinnlos erscheinen. Es macht mir Freude es auszupacken. Es macht mir keine Freude es hier dann aufzuräumen. Ich habe euch ja dieses Video einigermaßen unterhalten. Ich bin etwas glücklicher als zuvor. Ich war den Tränen nah. Jetzt bin ich nur noch dem Selfmurk nah. Das muss auch reichen. Schönes Wochenende euch allen. Ja, es ist Montag.